Hallo, ich wollte euch mal gerne mal wieder ein Video zeigen von mir, und zwar ein Winter Kimono, den ich mir jetzt genäht habe und der Mantel habe ich soweit fertig, nur die Hose. So muss ich morgen machen, weil mir die Nähmaschinen-Nadeln ausgegangen sind. Ich zeige euch erstmal soweit die Hose, die wird, denke ich mal, morgen fertig, ist ja so gut genäht, dass ich morgen gleich nur 2-3 Stunden brauche und dann zeige ich euch das dann morgen nochmal. Das sind unten die Hosenbeine, die werden dann ungefähr von hier bis hier noch zusammengenäht, sind momentan noch offen. Die sieht dann ungefähr so aus. Na, bleibt hier. Wird hier oben dann noch umgenäht, kommt ein Körbel rein und dann wird es zusammengebunden. Das ist die Nähmaschine, mit der ich immer nähe. Das ist eine alte Naumann, wurde in Dresden gebaut und ist ca. 125 Jahre alt. Damit kann man ganz dicke Sachen nähen, das kriegt man mit den heutigen nicht mehr hin. Wenn dann nur Industrie und die sind nur teuer. So, dann zeige ich euch noch meinen Mantel. ієte modify, wenn ich möchte. Noch einen Punkt von drehen. Okay, höll ich bist. Vielen Dank.